Halt! Keinen Schritt weiter! Bist du auch aus dem Ghetto geflohen? Du musst stark sein und tapfer. Du musst überleben. Aber selbst wenn du alles, alles vergisst. Mit deinem Namen. Und vielleicht sogar Mutter und mich. Du darfst nie in deinem Leben vergessen, dass du ein Jude bist. Gib niemals auf, ja? Ja, Vater, ich verspreche es. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Ich darf nur auf keinen Fall jemanden vorm Haus oder am Fenster sehen. Das wird dir auch helfen. Heilige Maria. Mutter von Gott. Mutter Gottes. Mutter Gottes. Was willst du hier? Guten Morgen, Jesus Christus ist mein Name. Gelobt sei Jurek Staniak. Ich glaube, es wird hier zu gefährlich für dich. Geh nicht in den Bad zurück, Jurek. Geh nach Osten. Dahin, wo die Sonne aufgeht. Wenn du nicht mehr laufen kannst, such einen Bauernhof und arbeite für eine Mahlzeit. Du darfst nur nie zu lange bleiben. Weißt du? Du bist der tapferste Mann, den ich jemals kennengelernt habe. Herr Hitler? War der die Hand abgehackt? Hau ab, ihr sollt mich in Ruhe lassen! Diese versprengten Kinder sind die Zukunft unseres Volkes. Hau ab, ihr sollt mich in Ruhe lassen! 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 Untertitelung des ZDF, 2020